Noch mal zum Teil. Bei der Zielgruppe ist er schon mal ein Schied gelaufen. Ich habe ja drei Söne, in ein oder zwei Reihenfällen, eine Traubachsdiakomik, was falsch gemacht. Bei mich hat es in die Frage gekommen. Super Zuschauer. Ja, aber nächstes Mal ist auch der Umgang, aber auch wenn ich alles auf jeden Falle. Das, äh... Da, wo es passiert ist, aber wir haben ja auch tatsächlich noch einen wunderschönen Stil. Auf St. Geil kommt hier extra immer Paragraphen-mäßig. So, bloß sehr, äh... Was war das schonste Erlebnisse bisher? Sehr oft. Oh, ja. Oh, ja. Was kriegst du? War eins für uns. Ja. Ich frage mich nicht. Du hast gesagt, du bist seit 14 Jahren im Großjahrgebiet, nächstes Mal nächstes Jahr. Und was war der Anlass für jemanden, was man kann? Ich wusste ja nicht, dass wir einfach für Klicks wieder spielen. Also für mich war damals Alan Segen für die Überlegszeit und äh, für die Überlegszeit und ja, damals als Gruppe war. Ja. Und jetzt haben wir noch zwei Schweizerer-Trainer, bei Robin Kranichaka, ganz einfach ein bisschen, aber komisch. Früher noch im Spiel, das sind gerade noch hierhergekommen, also... Ja. Ja. utypsia verdadell. ihre Spiel auch noch da. Also... Eure Polt, jetzt sind Wursjahrbarks 환영stibler, dass ihr da seid, alle hier, wir folgen auf ein tolles Spiel. Und wenn ihr auch mal Industry mitocused mal, Jetzt werden wir gleich wieder begrüßen aus der Gruppe Egoe. Vielen Dank.